Wollte ich nochmal sagen? Das ist gut. Ja. Finde ich auch gut. Ich weiß nicht. Was zur Hölle? Äh. Ich nehme. Okay, das verleidet schon. Ich nehme. Wir haben alle getroffen. Nein. Ich schon wieder. Ja. Ähm. Ich hab Blut auch. Ja. Ja, gut von mir aus. Nein. Gott, schwingt. Was zur Hölle? Konter an dem Akon. Egal was man macht. Das ist einfach nur eine. Ich mach irgendwas. Ich muss ausprobieren. Gut, dass sie lacht. Ja. Kann ich nichts machen? Äh. Ja! 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 Man darf nichts machen, oder? Man stirbt. Oh Gott. Okay, Bomben. Bomben, dann. Wir haben auch nichts mehr. Ja! Nein! Ja! Musst du überhaupt dafür was machen? Nein, das war ein Ding. Also, ich musste so einfach ein Pfeil eingeben. Also, einfach, komm, wir übersteuern. Jetzt macht sie das so oft, bis ich die Pfeil-Scan aufgelöst hat. Toll. Was zur Hölle? Oh Gott! Oh! Mein Gott! Ich hab doch nur ne Puppe geholt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, ich sag du Skid-Kick doch! Oh Gott! Oh Gott! Ja, ich streng wie normal. Ja! Oh Gott! Ja, gut. Komm! Die Wache! Stirb! Stirb! Du warst Sachen, die total unlogisch stehen. Halt ab! Oh mein Gott! Gebt bloß! Man kann nix machen! Man kann nix machen oder man stirbt. Oh Gott! Nein! Ja, Mann! Was ist das? Oh Gott! Ja! Hab dich ja immer gekickt und du... Was? Hu** Ich glaube... Was ist das? Ich weiß, wer dich nimmt... Muss ich... Nein! Ich schau doch nicht. Oh Gott! Ich weiß nicht... Aber... Okay, gut. Toll. Du verwaschst aus, mach's mal hinaus. Aha. Ja. Ich kann's hier tun. Ich kann nix tun. Wie? Du hast aber unten so ne komische Lebensanzeige, dass du legst. Ja, das macht die Sache nicht besser. Ich mach irgendwas, ich mach das in die Augen zu machen. Ähm, ernsthaft? Ja. Du hast mich... Alter. Oh Gott. Toll, Alex. Sehr gute Kämpfe, eindeutig. Sehr gute Kämpfe, weil ich auch alles... Oh, ich hab was Gutes gemacht. Das ist irgendwie ein super Pritzel eigentlich. Haikai, du Pritzel. Haikai. Haikai. Wie ich so... Pritzel deinen Blick. Haikai. Haikai. Oh Gott. Haikai. Wie ist das immer? Haikai. Ich weiß es nicht. Haikai. Boah. Alter. Alter. Haikai. Haikai. Was, was hab ich da gemacht? Haikai. Jetzt kann ich Gatling Geschütze aus dem Nichts holen. Haikai. 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 Oh mein Hals ist trocken. Nach nix. Gekommen. Was? Ich hab die Super... Wieso hab ich so komische Maschinen denn? Wir benutzen... Was war das? Ich hab was war das für ein Super King. Ich find's gut, wie unglaublich und abbalanziert die Soundlautsch der King ist. Haikai. Oh Gott. Haikai. 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 Okay Alex. Weil ich die vorherige Aufnahme leider nicht mit rein kriege. 4. Das funktioniert leider nicht so wie es mir gedacht habe. Dann werde ich mir doch nochmal einen gewissen Kampf wiederholen. Haikai. Das ist... Trinken. Haikai. Das ist ein neues Patch-Ring. Ganz normal. Dann gibt es auch einen, dann muss ich wohl wohl die ganz normale Rebo nehmen. Haikai. 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 Ich wusste schon was kamen, ich wusste trotzdem da rauskommt. Okay Alex ist doch ein für den Ultima-Team-Kampf. Haikai. 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 Das ist entro am Benetz zwar nicht dabei. Haikai. Nein. Haikai. Ich bin der beste Teil da. Haikai. 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 Ich will was sagen. Ich will was sagen. Ich will was sagen. Ist bereit für Runde 1 Alex? Haikai. Jaaa. Haikai. Wo bin ich? Hä? Wo bin ich? Haikai. 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 Was mach ich da? Haikai. 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 Ich will was sagen. Haikai. Haikai. Was ist da? Wo bin ich? Oh da! Da bist doch ein rei. Haikai. Haikai. Nein, nein! Wo bin ich? Helfer! Oh Gott! Ich darf nicht wachen! Aha! Was zur Hölle? Da jagt sie sich selbst hinten hoch! Was denn? Toll! Hallo! Ich versteh es nicht! Es egal, es muss ein Camp werden! Halt es aus! Jaaah! 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 Hölle Hölle Hölle! Ich will die Hölle beschweren! Ich weiß nicht, wie ich das gemacht hab! Ähm... Was ist das? Ich bin bisher schon eher klein! Da bin ich! Oh, ich bin auf einmal tot! Ich sammle Dunkelheit! Okay! Was war denn da? Oh nein! Verfrischte! Alle! Euch an dir sind Scoville! Dodge! Ok bitte! Saatan! Da war ne Hand! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! He 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 he! Oh Gott! Was war das da bitte? Was? Was? Was denn? Was passiert da? Nein, so kannst du es nicht aufhalten anscheinend. Oh, oh, da war ein Auge. Ich verstehe, ey. Ah, ey, ey. Ey, wie labern die die ganze Zeit? Oh Gott. Das war da. Oh mein Gott, ey. Oh Gott! Oh Gott! Ich bin der Lele. Was mach ich da? Ich war nur ein Geil kranker sehen. Die ganze Zeit. Oh mein. Oh mein, nein. Nein. Was ist das? Ich hab nichts gemacht, ey. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich glaube, ich hab gewonnen. Ich glaube, das ist jetzt eine Revanche. Was? Ich kenn lieber nicht. Aber es ist eine Revanche. Ich bin mir nicht sicher, aber ehrlich zu sein. Ich hab Angst vor diesem Charakter. Ja, das ist zu spät, Aris. Das ist halt eine Revanche. Du kannst auch mit einer anderen Charakter gerade lang haben. Oh Gott. Oh, okay, schade. Was? Bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Bin ich? Ich seh Sachen aus, aber... Meine Kontos kreuz mich auf. Meine Kontos kreuz mich auf. Oh Gott, das ist schon wieder dabei. Das ist einfach steuernde Typ. Oh Gott. Was ist denn da hoch? Ja, 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 ja. Okay. Destroy. Ich hab die Kappe. Okay. Meine Arme, ich hab sie nicht. Ich hab sie nicht. Hey, ich sammel Dunkelheit. Was? Wer hat das überstört geredet? Oh Gott, da war wieder jemand. Oh Gott, die Dunkelheit. Oh Gott, die Dunkelheit. Die Dunkelheit. Oh Gott, die Dunkelheit. Oh Gott, die Dunkelheit. Oh Gott, die Dunkelheit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wieso bist du eigentlich so vom Dämon besetzt? Weil ich dein Dämon bin. Ja, ja, ja. In der Hagero. Oh Gott, Auge. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sieg so ist eigentlich mehr Blut als eine Seite. Oh Gott. Oh Gott. Wo bin ich? Oh, hallo. Oh. Bist du jetzt gestorben? Okay, ich hab beide eine Forschung bekommen. Oh Gott. Also durchfällig. Diese, wo ist sie da? Mega Leads. Mega Leads. Wenn du? Ja. Ich hab ein Angst. Was war das? Ja, was? Oh nein, nein. Nein. Ich... Ich kann... Warte... Nein, geh weg! Was? Oh Gott! Jetzt hab ich ab... Was? Ich mach doch nicht mal was! Ich mach doch einfach so! Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Oh... 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 Ich bin noch mal ausfrieden! Ich hab... Ich bin gar nicht... Ich hab hier meine Chance bekommen, weil ich sofort von chill und plapp gedrückt wurde! Oh... Yeah... Oh... Okay, du willst gepuncht werden! Okay! Yeah... Oh... 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 Wieso ist die so heilig? Oh... 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 Ich habe keine Angst. Das ist immer schlafen, Rem. Ja, 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 ja. Was mache ich denn? Ich bin froh. Ich habe das irgendwie kontrolliert, aber ich weiß nicht wie. Mann, das ist meine Rache. Ich kann nur fliegen irgendwie. Oh nein, das hat mich die Heiligkeit nicht gekriegt. Oh nein, ich bin der Umgangsstuhle, der viel zu viel schaden war. Oh, schön, dass man das die ganze Zeit machen kann mit Klopft. Das ist schön. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich liebe den. Weißt du, du hörst einfach nur kurz heavy metal. Oh, 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 oh. Ok, nein. So, 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 so. Oh. Good. Schön, dass man die Fähigkeiten ohne endlich lange einsetzen kann, wenn man Buttons läst. Das ist wieder einer dieser sehr färsten Charaktere Ja, ja, Eindruck, ich nimm sie Pfff Er hat den wirklich färsten Charaktere im ganzen Spiel Ja, glaub ich sind echt Oh, das ist so'n Charakter Ich bin Keno, ich bin Hüte Ich mach Kopfnüsse Ich glaub ich kann nicht ihn Aho, siehst du, siehst du, siehst du wie ich kombo, das kann kein anderer Guck, kombo, ich hab die Pläne Ich weiß nicht, was mach Yeah Irgendwie Das ist so'n nur Kloppen Charakter Okay Ich will nicht nur kloppen Was? 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 Wo kommt sie her? Was? Okay, siehst du abgauern eigentlich Ich komm nicht zu Tore Ich smack ihn schon Ich versteh nicht, was Ähm Wo, wie kann sie jetzt eigentlich her? Was? Füße, Füße Nein, nicht in die flossen Mitte Oh Gott Was? Ein sehr Schade Ich wüsste gern, wie ich das geschafft hab Was zur Helle Was? Kopflos 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 Stimmt schon, nein So, so Einfach wird eingebaut Kopflos Ja, au Unlogische Laser Lass mich mit denen Nein Was ist das? Kopflos Das geht ganz schön los Ah Ah Ja, ich bin auf A-gut Hä? 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 Stryker, Counterhitter Kannst du mal sehen Äh Ich will wieder einen Masters Pug machen Von dem ich keine Ahnung hab Wie ich ihn gemacht habe Hä? 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 Das macht die Kopflos eigentlich Ja Yeah! Voll weggetreten! Yeah! Was? Oh, Hölle! Das... Oh nein! Oh nein! Okay, das ist einmal gehackt und nichts anderes! Wieso ist das so'n super Klop-Geläusch, wenn du in die Kopf... Beweichst du dir? Wauw! 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 Ich mach da irgendwas! Ich will nen Master Spark wieder bauen, aber ich weiß nicht wie... Wauw! Ich hab keine Ahnung was ich mach... Oh mein Gott! Oh Gott! Au! Wie zu hören am Master Spark geschafft! Weiß ich nicht! Das sind so Dinge, die finden da noch einmal raus! Das stimmt! Das ist genau wie die Leuchtung! Von dem einen komischen Roboter... Oh nein! Da ist sie wieder! Ich weiß nicht wie ich sie beschworen hab, aber da ist sie wieder! Ich hab noch sowas herausgefunden! Ich kann den Stamper jetzt! Den Stamper kann ich jetzt! Den Stamper kann ich jetzt! Kann ich nicht! Ich will den jetzt parken können! Oh Gott! Au! Au! Ich hab mal kaum wo gekoppt müssen! Bäh! Au! Au! Was ist das für onee? де! Ach int》 Du kommst! Mit Kreide geworfen? Höh! osto! Oh!! So, jetzt ist es gut hier. Gut. Oh nein. Was? Zu kämpfen? Yeah. Das ist die männlichste Mailing, die ich seh'n hab' in meinem... Heia! 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 Die erinnert mich an. Was mach' ich da? Ich lass' nur Kugeln regnen. Was war das? Ja, dummes Geräusch, gell. Da war ein Typ. Wieso bin ich eigentlich größer als du? Weiß' ich nicht. Vielleicht! Wie? Heia! Heia! Was? Ich bin ein Fighter! Faiter, du bist ein Mann! So wie du aussiehst! Oh, wa? Heia! Ja! Heia! 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 Ich bin so MAPPY. Heia! Ouh! Ich bin... Ouh! 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 Dann hab ich irgendwas cooles gemacht, so wie es aussah, weil ich es hier normalen kriege. Ich bezweifle das. Ich find's gut, dass die Spellkarte ist. Ja. Ich weiß nicht was... Hab ich ja wieso... ALTER! Was mir in die Fresse geschlagen, getreten und wir haben es dann doch wieder abgehauen. Was soll ich denn? Das ist sicher. Au! Wieso? Ich hab das eh gemacht ey. Oh Gott! Das sieht schlecht aus! Das sieht so schlecht aus. Männische Melee. Was war das jetzt? Das war der Superman. Ich lass es nur regnen, das ist das einzige was ich kann. Au! Was zur Hölle. Oh! Zeit für Spellkart! Ist aber egal! Zeit für Spellkart, Mann! Scheiße! Ich weiß nicht, was ich einsetzen muss! Fuß! Die Kanzler hab ich jetzt nicht verschnappen! Die haben nichts gemacht! Oh Gott! Ich kann irgendwie... Ich kann irgendwie... Was? Biuh! 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 Ich kann nur schießen! Oh Gott! Du weißt, wie soll ich denn so aufgetreten Leute! Geh geh... Ja! Geh... Wieso kann ich... Was?! Was ist das ey?! Geräusch! Ich hab mich verheißen! Ich will noch mal den Typen beschwören, aber ich weiß nicht wie... Los, die Typen! Los, Chef! Okay, das war ein ziemlich cooler Verein. Das ist das Ausgeglichste, fand ich. Dafür, dass ich einfach irgendwelche Charakteren habe. Oh ja, geil, gut! Oh Gott! Okay, das ist irgendwas. Ich brauch's gleich dafür nehmen. Äh, äh... Okay. Sieht bestimmt ausgeliehen. Jo, von mir aus. Ja, ja! Okay! Äh... Ja... Jo... Das ist fair! Ja... Matze! Ja? Ich mach noch nicht mal was! Das ist der Computer gerade! Ich mach noch nicht mal was! Von einer riesigen Dolphoon 2, 12.3! Das Ding ist, ich kann sie noch nicht mal kontrollieren! Das ist automatisch! Ich kann ihn kontrollieren! Ich hab' den Max! Hehehehe! Das ist super lunette! Ich glaub' das ist super lunette! Ich glaub' das ist so! Ich kann er's doch nix mehr schaffen! Kann mir ganz leben! Ich mach doch nicht mal was. Okay. War das nötig? Okay, wir folgendes probieren, Alex. Du hältst Guilla toll. Nein. Oh nein. Du hältst Guilla toll. Nein. 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 Das traust du nicht. Das traust du nicht. Nein. Nein. Sie könnte doch... Das war irgendwas mit O. Ich erinnere mich wieder. So. So. Fass mit O. Das war irgendwie... Oh nie irgendwas. Oh nie, ja. Das war irgendwie links, einer der Bilder links, sag ich doch. Oh Quack, da war die andere. Ich hatte die bessere Idee, wenn ich sie schon sehe. Es ist Zeit, Alex. Das ist der ewige Kampf. Na ja. Ewige Kampf, wo kein Schaden nimmt. Ja. Okay. Ich werde weiter. Ich werde nichts schaffen. Ich mach noch nicht mal was, aber ich werde nichts kriegen. Der Computer macht alles für mich. Ich versuche irgendwas zu machen, aber das kann ich echt nicht. Ich kann einfach nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Es ist ein klub. Bis die Stadt weg ist. Oder irgendein metallischer Typ kommt und die Welt explodiert. Ja. 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 was soll das? Ja. 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 Es ist doch nicht vorbei Ja. Was machst du da? Was machst du da? Was? Was? Was machst du da? Was machst du da? Wie machst du eine komische Super-Tension beschworen? Wie machst du das? Wie machst du das? Wie machst du das? Wie machst du das? Ich kann es einfach. Dafür wird es trotzdem aufgeschnitzt von den Computer an, Julian. Ich glaube, so wäre das auch in Re-Life, weil also keine Kontrolle mehr, alles spinnet von selbst. Wie lange laden wir daran? Wie machst du das? Warum was!? wieso lässt der die Welt explotieren? Also so fair, dass ich nichts mag Oh mein Gott! Los, mach wieder den wütende Typen! Der in das Publikum anschneit! Los! Oh nein! Nein! Oh nein! Der wütende Typen! Oh nein, du hast wieder so... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Auf die Elle, ey! Oh mein Fein ist so da rum! Weil... Du fährst irgendwie auf nichts. Was machst du da mal? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also... Nochmal fürs Presokoll... Wer war der wütende Typen, der die Kamera angeschrien hat? Weiß ich nicht! Oh mein Gott! 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 Okay, das sieht gut aus! Okay! Ich hab die Macht der Leute auf meiner Seite, die kannst du mich nicht besiegen! Hallo! Ich kann Leute platzieren! Oh Gott! Was ist das? Was? Was? Ich seh schon, dass er wieder eine Fliese kämpft! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, was ich mach! Aber es ist gut! Was? Okay! Okay, gut! Okay, gut! Yeah! Ich steile mal! Was? Was ist das? Was? Was? Warte! Ich hab Angst! Nein! Auf dem Wind! Okay, das war ich anscheinend gut! Oh, ich hab' ich vor dem Schaden gewarnt, ey! Oh nein! Oh du bist im Kopf! Das sieht irgendwie so sch... Was? Hallo! Oh... Was ist das für ein witzender Tee? Manze, nein! Geil, sehr gut! Ich darf nicht fassen! Nein! Das muss ich aufhalten! Du darfst nicht! Ich bin geil zu viel! Nein! Nein! Ich bin schon wieder! Es ist so dumm, wie sich hier ein Wuster bewegt! Ich bin schon wieder! Fuck, du Hölle! Du was, Mann! Äh, äh... Ich weiß nur nicht... Was machst du da? Oh nein! Ja! Du... Oh... Was? Was? Wieso heilst du dich? Ich kann mich nicht heilen? Ich kann mich nicht heilen? Du musst ja schon die ganze Zeit einfach... Wie geil! Ich weiß immer, was ich mach! Ich wollte... Ich bleib mich nicht! Jetzt komm doch! Okay... Ähm... Ähm... Oh nein! Oh Gott! So... Oh... Oh... Was ich... Sie eingesetzt? Äh, ihn! KUNKA! KUNKA! Ich bin schon wieder! Geh weg! Geh weg! KUNKA! Ich verstehe das nicht! Nein! Ich hasse dich! Nein! Das ist so dumm! Hör auf damit! Du kannst dich nicht aufhalten! Nein! Schnell! Halt! 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 Ich... Wieso? Ich muss damit nichts ankommen! Halt! 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 Ich hab noch nicht gewusst! Halt! 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 Jiese Fick Wieso ist das so doof? Irgendwas, hier Leute platzieren So Oh nein Toll Nein 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 Ich mach einfach keinen Schaden mehr Was? Oh nein Ich muss hier merken was das ist Okay Hör auf zu Hör auf zu Hör auf zu Oh Gott Hör auf zu Hör auf zu Hör auf zu Ich trink euch durch Ich will dich auch einfach nicht totkriegen Ich will dich auch einfach nicht totkriegen Du kannst dich einfach nicht töten ey Ja kann man doch nicht Unsterblich Einfach unsterbliche Frau Ja Ist auch so an Oh Gott ey Oh Gott ey Du heilst dich einfach nur um so nirg Ja ist auch so Ich kann man nicht nirg Wenn ich was mache dann mache ich sowas Was? Äh Gott ey Ich versteh das nicht Ich mach gar Okay Ich bin durchge... Was zur Hölle? Ha? Du hast mich ja... Oh nein Ho Oh Der schwarze Loch auf einmal Nöö ziehe ich sich einfach Social Wiesoする ich Mama Ich kann alles machen, ich kann alles machen! Ich will das nicht. Was? Ohohohoho, war das nid? Ich hab dich mit Leuten bissig... Okay. Das hast du ja. Ich fack das Bild. Oh Gott ey, der will flaunt. Okay. Okay, du bist halt... Nein, boah. Oh nein. Ne, ich seh schon wieder... Was soll das Schwert? Das ist ein sehr schickes Das ist so schwer, dass du da bist. Au! Es hat mir sofort wehgetan! Das ist so schwer, dass du da bist. Das ist so schwer, dass du da bist. Das halte ich fair. Guck dir das Schwert an. Ich... ich... ich werd schon von... Ah... 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 Ich kann nichts machen. Ich kann keine Moves einsetzen. Ah... 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 Was zur Hölle... War das jetzt? Das war ich. Das war auch schon fast Satan. Ich nimm sie nochmal. Ich will hier... Super... Los nehmen den anderen! Was ist denn los? Ah... Ah... Wir haben einen Yoku gekommen. Ja, das stimmt. Ah... Ich schieß dich tot! Ja! 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 Okay! Oh Gott! Ich seh' schon glaube ich, wie er er sehr gut währt. Renate Launch, helf dich. Das ist... ist das der beste... Ich wüsste gerne wie ich in die Lüfte steigern kann Oh! Oh! Okay, gut. Pfff! Da hab ich nix. Da hab ich moved, okay. Was war ich da? Boah! Scheiße! Ich lass die Erde irgendwie beben und... Pfff! Fuck, was ist das? Oh nein, boah, okay. Versteh... Ich hab's ne... Du musst dir nicht mit dem Kuhlikop anhören. Pfff! Warte, wir werden dich erstmal wieder in die Erde beben lassen. Was? Ach du hast ja angeht! Mann, Mann! Das stimmt ja! Nein, Pol! Okay. Du kannst mich nicht besiegen. Du kannst gar nicht wirklich wieder. Ich wüsste nicht immer, wie ich in die Luft kommen kann. Was denn macht sie da? Was? Du hast... Du kannst Grafikfehler beschwören. Wow! Voll die gute Fähigkeit! Das denk ich allerdings auch. Toh! Ich wüsste echt gern, wie ich fliegen kann. Park! Was? 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 Ich bin ganz entspannt. Okay. Hey, zum Universum kommst du. Weiß ich nicht. Hier. Im Stern. Au! 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 Auch schön! Ich kann da nur nicht mal blocken. Das ist fair. Das ist fair. Das ist der beste Angewehr. Das ist der beste Angewehr. Ich bin irgendwie nur 12.3 Frau. Komm! 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 Ich hab's da eigentlich! Oh! Oh! Das ist auch ein sehr fairer Charakter, den du hast. Ja! Da! Oder ich! Ich hab' dich voll getreten! Au! Au! Ich hab' dich voll getreten! Au! Au! Wieso nicht mal wie du was machst. Ich weiß auch nicht, wie ich was mache. Das war eigentlich, wenn ich die Charaktere habe wie das neue. Ja! Das ist möglich, wenn ich es einfach in Kombination zu mache. Ich kann wahrscheinlich doppelt Supersprünge machen. Das ist meine einzige Fähigkeit, die ich kann. Okay! Das ist eben diese Schwerterriebe so. extrem böse aus. Falls ihr seht, ist er tot. Au! Ja! Das ist der! Ishtar! Ishtar! Ishtar ist mein Name eigentlich. Wer ist das? Ich will keinen Doppelsprung machen. Yeah! Ich weiß noch nicht, was ich da... Aha! War das nötig? Okay, gut. Ich gehen aber schon den Kopf aufgeschlitzt, genau! So, wie es dich gehört. Ja! Scheint schon... Der Yukuri-Kopf der reitzt mich! Sieht aus wie, wo das, was ich ausgewzählt sieht aus wie einer. Oh, bog! castle voice & Den83 Ich抽 ... Doch! Was? Okay. Ja! Ja! Fick dich! Fick dich! Was? Was? Ich kann ballern! Boom! Ja! Okay, das ist mein Kollege. Yeah! Ja! Ich kann nur nicht... Oh Gott, ich hoffe... Ich meine nicht, dass... Okay. Ich werde vor dem Ding... Ich werde vor dem komischen Wesen angegriffen. Aha! Dann muss ich wohl... Ja, frage dich, was ich tue. Ah! Sie kann nicht fahren! Sie kann nicht fahren! Sie kann nicht fahren! Sie kann nicht hin! Lass mich hin, wo ich bis nachladen! Tch! Okay, beschwöre ich halt sie hier. Irgendwie. Ja! Ich hab Steine! Du nicht! Aua! Okay. Wo kommen die Scherzen bekannt vor? Was? Äh... Hallo! Ballern! 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 Okay, nachladen! Machst du da! Machst du da! Nein, ist er wieder! Du schießt! Wie weh! Nein! Sich zulassen! Das war Schleswig, ne? Ich will sich zulassen! Au! Okay! Wow! Ich bin rausgetabt! Scheiße! Ich bin rausgetabt! Ich bin rausgetabt! Au! Au! Shit! Ich weiß nicht was ich hab... Eieieiei! Eieiei! Und dahinter kommt die Scherzen wieder ins Team! Und... Au! Stoppato Uiik uiik! Uh! Aha! Aha! Okay! Scheiße! Ich will sie nicht nochmal wählen! Scheiße! Ich hab Toppeln-Lipset angetrückt! Okay! Scheiße! Wieso ist die eine wütend? Weiß ich nicht! Iiiiiiii! Iiiiiii! Iiiiiii! Okay! also wo kommen sie her ja sieh alle gruselig aus wo kommt deine leute her weiß ich außer wenn du gruselig soll ja ist ja auch nicht zu stechen was was ist das alter gut jetzt ok ist gut ok Oh, Matze, ich steck fest. Und ich schon wieder. So, der Bug. Wen hast du da beschworen? Weiß ich nicht, das war Chad irgendwie. Irgendwie... Aber ich gucke mal, was ich noch so machen kann. Irgendwie... Was machst du da jetzt so dumm? Aus diesem Universum kommt dieser Charakter an. Weiß ich nicht. Im Spiel... Irgendwas. Ach du Scheiße, das sah sich gruselig aus. Wie hab ich das gemacht? Du warst denn... Aha. Gut. Alles klar. Wie hab ich das gemacht? Das würde mich jetzt mal viel mehr interessieren. Sind das hier schon die ganze Zeit. Aber... Aha. Saufen. Uuuuh! Was zur Helle... Kann ich doch nicht irgendwie raus. Vier Sekunden schon. Iiiiih! Iiiih! Iiiih! Okay. Was sind deine Wesen machen wir eigentlich? Die sehen aus wie, als kommen sie aus dem... Oh nein. Und ich denke, hier ist das ein guter Moment. Da war ja was zu Schluss zu machen. Iiiih! 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 Wir müssen den Roboter machen. Nein! Das kommt dann in der möglichen... Verdammt! Dann Cornus und Spk. Ich bin dein Gehirn. Damit habe ich das nicht gewählt, hä? Ich hoffe ich warte ich nehhh fehlt nur. Ohohohohohohohoho! Alte! Wie kann der hat doch auch einen Schmerzen? Was war das? Das Intro! Na die. Alter, lass ich halt nah! Oh du hast keine Raketen! 各位 Sie DeMPG! Hallo Kuffi. Was... Okay, cool, Alex. Bist du der Richtige? Was zur Hölle? Ich mag die da prügeln. Ich kann nicht mal was machen. Ich mag die da keine verprügeln. Wo ist die denn? Alle voll brutal! Deine Wesen machen mir immer noch eins. Ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich sie beschwöre kann. Ansonsten da sag ich's raus. Das ist trotzdem immer noch sehr beängstigend. Hättest du? Ja, immer deine Druck-Animation. Tja, das ist super. Kleiner Kontrolle. Oh ja, Style. Mit Style. Das ist ja auch echt so, dass ich irgendwie auf Gamepad irgendwie kippen würde. Ich glaube... Das ist ja extrem... ...ist noch nicht gekommen. Was? Ich glaube, das Zeitalter ist noch nicht gekommen. Wo man solche umgreifenden Sachen mit Gamepad sagt. Woään, der Sonne ist vorbei. Na... ...hab ich auch einmal gewonnen wieder... ...und, müsse es ein bisschen Zeit lassen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nie wieder. Ja, definitiv nie wieder. Ich halt sie. Kuyo-Mädchen, okay. Okay, finde ich auch jemand, was verrückt ist, was einen verrückten Namen hat. Nein! Ja, nimm sie! Warte! Mit dem Mittelfinger! Oh, ich hab dich an Hilfe! Ja, war da das? Ich glaub, weil sie eine Animation gemacht hat. Was war das? Du saßt nicht im... Dracula? Ja! Ich bin... Ich bin Superman! Ja, Mann! Ich versteh nur... Ach so! Aha, interessant. Ich kann ihn... Ich hab die Kontrolle von so einem Super-Fuzzi. Das ist im anderen Universum. Ja! Ja! Was?! Ich hab nicht benutzt... Uck! Ach so, okay, jetzt wird nicht schwerer geschützt auf... Okay, schuld. Hm! Hm! Ja! Ich hab... Hihi! Oh my god! Ich mag nicht! Pzinger! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh god! Au! Au. Alter, was ist das für ein Klopper? Was ist das? Wer ist das? Was? Ja, ist klar. Alles wird gut. Ich glaube, das ist nochmal ein Freund. Komm her! Oh nein! Was? Du komischer Kerl! Ohohohohohoho! Hurra! Okay. Was war das? Okay. Satan! Fuck! Satan, die beides ist unter uns. Okay, hast du. Satan. Hinga! Finca! Das ist echt der beste Typ der ganzen Welt. Nee, das ist alles egal. Ich will sowas von nicht kennen. Yeah, was ist das? Yeah. Nee, danke. Los, nicht mehr über Megalith. Nein. Okay, schade. Was, was gibt's denn noch? Sack, über FF nicht. Nimm ich halt... Oh, ich konnte auch... Oh, da bin ich gut. Nimm ich halt... Ja, was das ist. Äh. Au. Macht Sinn. Wem gehören die zwei? Weiß ich nicht. Oh Gott. Was sind das für dumme Sounds? Ja, 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 ja. Du bist im Hintergrund. Okay. Okay. Du. 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 Das hab ich jetzt nicht verstanden. Weißt du das, oder? Ich bin im Dunkelheit. Weiß ich nicht. Ja, wir sind das alle nicht. Ich bin... Ich versteh noch nicht mal, was das sind. Von das ist, was wir grad machen. Ja, ne. Okay. Da ist es mit dir. Oh Gott. Ja, ja, ja. Ich bin gefallen. Kannst du irgendwie die anderen zwei vielleicht steuern? Das ist ne gute Frage, aber dann wie. Also so wechsel ich hin und her. Was sind das? Ich kann sie aber nicht nehmen. Dann wäre ich sehr interessiert daran. Ich bin sogar nur Delia. Ein Tornado. Äh. Äh. Hallo. Ich liest das nur echt. Okay. Au. Das ist echt eine Fähigkeit, wenn ich das so daran glaube. Oh Gott. Ja. Ähm, ja. Oh, ich bin weggefahren. Das kann man nicht kombinieren. Nimm halt Tornado. Weißt du welchen Sound ich am dummsten fand worden dem Charakter von mir? Ja. Guck mal, das ist ein Buch. Hallo. Ich bin da. Oh, Alter. Ach, Calder. Ich wollte ich nicht move. Passt. Äh, äh, pan. Wah, äh, äh. Äh, äh, äh. Okay, gut. Was mach ich da? Toll. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh nein, ich hab's moved. Alter! Oh mein Gott. Okay, ein Kampf doch. Soll sie dran was stellen? Wo ist er? Wer ist das, Bluti? Okay, verstehe ich nicht. Wo ist er? Wer ist das? Okay, das ist auch sehr verlockend. Okay, nehm ich auch. Äh, abgestürzt. Gut. Okay, von mir aus. Soviel dazu. Bis zum nächsten Mal Leute, tschüss. Tschüss. Denkt dran. Ähm. Ja, welche Weisheit kann ich nach dem hier mitgeben? Ich will nochmal den Explosionsman sehen.